Frau Folkotz, als ehemalige Leistungssportlerin, was ist schlimmer als Platz zwei? Platz vier. Wie oft treiben Sie heute noch Sport? Momentan gar nicht, sonst normalerweise so ein bis zwei Mal die Woche. Was macht Spaß am Laufen? Sich selber zu spüren, seine Umwelt zu spüren und ja Natur, aber... Musste man Sie früher auch mal zum Training zwingen? Nein, ich war sehr, 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 sehr besessen davon, immer ins Training zu fahren bei Wind und Wetter. Das kam so aus mir selber raus. Tittise Neustadt hat einen Haushalt zum Davonlaufen. Ist das für Sie als Läuferin besonders reizvoll? Genau so ist es. Gibt es Sportarten, die Ihnen gar nicht lagen? Ballsportarten. Also Werfen und Kugelstoßen, Sperrwurf, Schleuderball, Hammerwurf, das waren nicht meine Sportarten. Waren Sie gut in Weitsprung? Ja, neben Laufen hat mir Weitsprung eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. Betrachten Sie das Neustädter Rathaus auch als Sprungbrett? Nein, Sprungbrett ist es nicht. Ich glaube eher, dass die Aufgaben so groß sind, dass man dafür mindestens ein Leben braucht. Wie sehr nerven Sie Fragen, in denen zwanghaft assoziiert wird zwischen Ihrer sportlichen und beruflichen Laufbahn? Es geht. Also vor dem Wahlkampf wurde ich deutlich weniger auf meinen Sport angesprochen als jetzt. Aber irgendwie ist es auch rührend, dass viele das in Verbindung bringen und sich auch an meine sportliche Zeit hier im Hochschwarzwald erinnern. Sie wirken sehr diszipliniert. Schlägt Maike Volkotz auch mal über die Stränge? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe gerne abends weg und lasse auch mal fünfe Grad sein bei mir im Garten und mit Freunden. Woher haben Sie Ihren Ehrgeiz? Gute Frage. Fragen Sie meine Eltern. Das kam ganz ursprünglich. Mein Sohn hat es auch schon. Ist der denn auch schon drin? Ist wohl vererblich. Sie führen einen sehr engagierten Wahlkampf auch in den sozialen Medien. Wie häufig nutzen Sie Facebook und Co. in der Freizeit? Also vor dem Wahlkampf habe ich es deutlich weniger genutzt. Jetzt empfinde ich es als sehr hilfreiches Mittel, mit vielen jungen Menschen auch in Kontakt zu treten, aber auch allen Alters. Man kriegt halt ganz schnell ein Draht zueinander und kann den Menschen eben auch erklären, wie man so als Mensch tickt und wie man so abseits dieser offiziellen Bildfläche auch ist. Sie rannten Mittelstrecke und singen Mezosopran. Was sagt das über Ihr Wesen aus? Ja, keine Mittelmäßigkeit, sondern die Strecken, die eben besonders wehtun und wo man eben vieles vereinen muss, also Ausdauer und Sprintvermögen. Im Mezosopran hält man quasi die Melodie so am Laufen. Sie leben in Hinterzarten. Werden Sie im Falle eines Wahlsiegs umziehen? Ich werde in Hinterzarten zunächst wohnhaft bleiben. Wir haben das Haus letztes Jahr gekauft und unsere Familie hat da einen Lebensmittelpunkt. Lang- oder mittelfristig kann ich es nicht ausschließen, aber ich möchte jetzt im Wahlkampf auch nichts versprechen, was ich nachher nicht halte. Und wohin würden Sie lieber ziehen? Titisee oder Neustadt? Ja, die Frage werde ich mir dann stellen. Ich wohne aktuell 500 Meter von der Ortsgrenze zu Titisee entfernt. Also momentan bin ich ein bisschen näher örtlich bei Titisee, aber keine Präferenz. Neustadt habe ich auch gern. Als Schülerin fuhren Sie jeden Morgen im Bus von Bonndorf nach Neustadt. Wie übersteht man sowas? Nur mit guten Freunden und viel Musik. Würden Sie sich als Wälderin bezeichnen? Ja. Es ist ganz interessant, dass wenn ich mit Leuten im Dialekt anfange zu schwätzen, dann ist es quasi wie eine eigene Welt, wie so ein eigenes, was hochkommt in mir und das empfinde ich als Wälder. Was zeichnet eine echte Wälderin aus? Es gibt einen ganz lustigen Satz, da habe ich eine Postkarte gelesen. Schwarzwaldmeitlin, dicke Köpf. Badeparadies oder Strandbad? Badeparadies. Netflix oder Kino? Kino. Wann waren Sie zuletzt im Neustädter Kronetheater? Noch gar nicht so lange her. Im Juni in einem Pokémon-Film mit meinem Sohnemann. Wann waren Sie zum letzten Mal shoppen in Neustadt? Also so richtig shoppen, Bücher war ich vorletzte Woche. Aber Kleider kam ich noch nicht dazu. Die letzten Wochen hatte ich keine Zeit. Habeck oder Merkel? Merkel. Kretschmann oder Strobl? Kretschmann. Neustädter Gix oder Bonne auf der Plummenschlucke? Uh, schwierig. Noch Bonne auf der Plummenschlucke, aber es kann sich ja ändern. Und wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Ich sehe mich hier im Rathaus mit einer zufriedenen Bürgerschaft, einem motivierten Rathausteam und einer Family, die immer noch so glücklich hinter mir steht, wie es jetzt ist.